Was bist du eigentlich? Ein Esel? Na hör mal, ich hab zwar große Ohren, aber ich bin ein Pferd. Von wegen. Bitte nicht streicheln. Ich bin kitzelig. Und was jetzt? Zieh die Hufe ein, Kopf nach unten und ab die Post! Alle, die sich auf die Suche nach dem Feuervogel begeben haben, sind verschollen. Der Zar hat dir eine völlig aussichtslose Mission übertragen. Eine magische Reise. Das ist definitiv kein Pferd. Voller Wunder und Abenteuer. Du hast dich in die Zarenbraut verkneuert. Pferdchen, du bist der beste Freund auf der ganzen Welt. Wow, Schwein gehabt. Was meinst du? Magic Roads. Auf magischen Weg.